Herr Landeshauptmann, die 60. Herbstmesse ist eröffnet. Wie wichtig ist diese Messe für Vorarlberg und für die Wirtschaft im Lande? Sie ist ein Gradmesser und eine Möglichkeit der Präsentation für die Vorarlberger Wirtschaft in das Land hinein und natürlich für die Nachbarschaft und daher sehr wichtig für die Vorarlberger Wirtschaft. Jetzt haben Sie es und auch der Herr Bellinger, der Herr Professor schon angesprochen in Ihrer Rede, Messe ist auch Wahlkampf. Ist das richtig? Das würde ich so nicht sagen, aber es sind in einer Wahlwerbebewegung auch wesentliche Fragen, die diskutiert werden. Zum Beispiel die Frage, wird das Bundesbudget außer Ordnung gebracht und dazu haben beide Stellung genommen und das ist auch notwendig. Was wird sich der Herr Landeshauptmann auf der Messe anschauen? Worauf freut er sich besonders? Wir machen jetzt den Rundgang und werden geführt und ich werde dann anschließend und später noch einmal auf die Messe gehen und einige Dinge anschauen, die mich persönlich dann interessieren. Das Programmant. Das Programmant. Vielen Dank.